sei schneller als rektors kinder in der schule und gibt lisa ihr schulprojekt jetzt fängt es hier schon an mit zeitdruck zeitlich geil ich hoffe ich kann jetzt hier auch mit dem auto transportieren das was wir da jetzt einsammeln das gibt es nämlich auch nach simsons folge da hat das aber glaube ich doch auch lisa gemacht das sollte nämlich so eine art verdauung ich glaube ich war gerade in die falsche richtung oder geile scheiße toll das sollte glaube ich so eine art verdauungstrakt darstellen ich bin aber gerade nicht so ganz sicher aber kommt die mission die das ist eine der ersten mission die könnte nicht so schwer machen einfach hier eine abkürzung scheiße also abkürzung gibt es ja auch ja habe ich jetzt die münze bekommen lag da eine rum ich fahre über das drive in das zu scheiße ja das frei ok ich habe euch schon ein bisschen aufgeholt ja es ist gut so wenn ich hier auf den straßen bin hahaha der hat einen unfall gebaut hervorragend das ist auf jeden fall ein weitläufigeres areal natürlich nichts zu vergleichen mit gta san andreas oder so das spielt übrigens auch von 2003 ich weiß nicht genau von wann geht hier erst an andreas ist aber ja 2003 war ich ein ganz gutes jahr für spielen und so ja lauf mal lauf so bringen wir unsere tochter also lisa ist unsere tochter der falls irgendwelche leute noch nicht wissen ich meine kann man auch irgendwo also spinnt oder sowas nein kann man leider doch nicht oder gleich vielleicht erst wenn wir die mission erfüllt haben das kann durchaus sein dass manche sachen während der mission nicht funktionieren bart hier nö das ist unser sohn sehen wir die da irgendwo rin feuer lauf hallo danke dass du mir mein modell des verdauungssystems vorbeibringst hey wo ist die geile blase ich war hungrig und es war eine feige es war aus ton übrigens dead man hat gerade angerufen sie muss unbedingt zu hause mit dir reden bevor du arbeiten gehst toll so das war schon die zweite mission kann ich doch auch so hinfallen da ist hausmeister willi jetzt könnte ich ein paar mitarbeiter von scottland yard brauchen der ist voll der ist voll die kante geht nach shelby will und klaut ein paar mathematik bücher so da haben wir jetzt schon was von shelby will gehört gibt es die andere sachen jetzt zu kaufen oder nö gut okay so also wenn ich so in räumen bin quasi dann kann ich nicht schnell laufen ach so es war wieder okay schön also wieder ab nach hause auch wenn wir jetzt auf dem weg natürlich tausend sachen gesehen haben da ist es ein würfel ich kann euch ein bisschen zocken wettrennen was du musst eine ganze runde fahren bevor die zeit abläuft um münzen zu gewinnen ok gut das ist rennen vier muss ich mir merken dass ich das vierer dann schon habe das machen wir mal also drei minuten 15 habe ich okay 20 brauche ich und wenn ich gewinne dann schaffe ich 60 oder bekomme ich 60 münzen okay habe ich gerade fehlstart gehabt ich glaube es ja nicht ich weiß nicht genau wie es hier funktioniert ob ich hier kontrollpunkte verflucht ob ich hier kontrollpunkte abfahren muss oder sonst irgendwas weil ich werde jetzt natürlich sinnvollen schnellen wagen zu haben aber den habe ich natürlich nicht und wieder repariert hervorragend die fahrsteuerung ist auch sehr karlassi also man muss jetzt nicht darauf achten oder so dass man irgendwie gut fährt sondern ist halt sehr karte lasse ich dass die goldene wille eines penners mit dem raketenauto was wir glaube ich auch noch bekommen vielleicht können wir es gleich auch einfach schon mitnehmen da bin ich mir jetzt gleich so sicher ich weiß auch nicht wie lange die runde geht also 3 15 ist schon viel was zum teufel ich habe mir das verpasst oder so das schlimm ist doch ich habe kein geld um sich das rennen noch mal starten zu können da geht es weiter toll super muss man jemand sagen hier durch die wespe schade habe ich nicht hinbekommen verflucht ich glaube ich bin ziemlich schlecht in der zeit das sind nuklearkraftwerke arbeiter nein falsch 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 vielleicht klappt das ja nicht von hier aus verflucht auch ich hasse das wenn ich an der wand fest wenn ich gegen die wand fahr ist das halb so wild aber wenn ich an der wand fest hängen ist das echt beschissen so ok kontrollpunkt nummer eins wahrscheinlich also können wir einmal schön die stadt sehen also was es hier alles gibt vor allem so uiuiui okay das ging ja noch mal gut ach man kann das hier umfahren das ist schon mal sehr schön zu wissen ich will über den breiten den oder in habe ich jetzt kaputt habe ich jetzt kaputt sieht man das schlimme ist der wagen der kann ein bisschen zu gut lenken ich habe da hinten bier im kofferraum ist ja die schönen rücksichtloses fahrt ist meine liebungsbeschäftigung ich hoffe mal nicht dass du halt so weit ist aber ich bin echt beschissen gefahren eigentlich dürfte ich das gar nicht schaffen aber ist ok so und jetzt hier viel Zeit habe ich noch und nicht mehr viel Zeit ok nächster kontrollpunkt wo ist es ziel verflucht fick dich komm direkt die dritte mission hier schon und schon am verkacken so muss das bedeutet das jetzt dass der nächste kontrollpunkt das ziel ist oder so das wäre ganz schön warum wäre es notwendig für mich ich fahre echt einen scheiß zusammen ich habe es nicht geschafft schade aus dem weg komm ziel wo bist du ne ok der nächste kontrollpunkt wäre es ziel gewesen weil unten ist die flagge ist nämlich schwarz ok gut habe ich hochgepokert und verloren was soll ich machen nein sind wir nicht wir verloren humor du penner sei nicht so optimistisch ich würde es jetzt schon gerne noch mal versuchen ne richtig funktionieren auch zerstören ach komm leck mich auch mal da ist noch eine scheibe da kriege ich noch ein bisschen kohle ich brauche nur 20 dann kann ich es ja direkt schon wieder versuchen erstmal reparieren wir unseren wagen genau ich mag das wie die kinder wenn ich Kinder überfahre ich mag sowieso Kinder zu überfahren natürlich wir sind einfach am boden liegen und dann ein bisschen mit den armen rumwackeln hallo hausmeister willy oh da gehen wir erstmal lang ach guck mal hallo das ist wirklich ein sehr cooles spiel also auch das kriegt ihr wahrscheinlich bei amazon ebay oder sonst irgendwas für ein paar euro hinterher geschmissen wenn ihr interesse habt das gibt es übrigens auch für pc und für gamecube und für xbox also für alle zu dem zeitpunkt gängigen konsolen ist das glaube ich erhältlich oh hallöchen noch eine weniger hervorragend ich weiß gar nicht was wir von den 100 prozent haben letztendlich aber ich meine wir schalten dann immer mehr sachen im sammelalbum frei so ich habe wieder richtigen arsch voll geld ich weiß nicht ob man rennen wiederholen kann weil ansonsten wäre das natürlich eine ganz schöne möglichkeit um an geld zu kommen ne da oben komme ich schon auch noch hin da habe ich schon eine kleinigkeit gesehen so ok 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 hepp kleine jump in one einlage gibt es hier auch natürlich natürlich hui 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 oh nein du bist ein arschkick ooooh guck mal ob es hier noch irgendeinen gag gibt oder sowas hat keine ahnung kann ja sein oh nein aber eine wespe die geben mir immer so schön viel geld her das ist so toll hier ist der schulbus otto fährt hier übrigens ihr habt otto noch nicht gesehen glaube ich Baseballfeld vielleicht gibt es da irgendwas lustiges weg ich trete mal so ein kind puff haha geil nicht gut nein wie an der Base nein wenn man das überhaupt basic kenne mich mit Baseball überhaupt nie aus aber wenn es Baseball heißt würde ich davon ausgehen dass es da eine Base gibt vielleicht sogar mehrere aber dann müsste es ja Baseball heißen ich darf nie wieder reden da ist ein Dollarzeichen kann ich da ein neues Auto kaufen das wäre natürlich schon sehr interessant ne ich glaube das ist der Kaufbereich in der Schule ich kann so kaputt treten passt gut PAMS zwei Minuten Schläfchen ich hab die Kontrolle verloren so ok wir versuchen gleich einfach das Rennen nochmal würde ich sagen so wo bist du denn auf jeden Fall der Raketenwagen gerade äh da gab es nämlich ne ne Folge bei Simpsons ähm da es gibt nämlich bei quasi dem Clown eine Show die heißt Ichi und Scratchy und das ist eigentlich eine Parodie auf Tom und Jerry und und teilweise auch Mickey Maus das ist eine sehr brutale Sendung einfach und ähm auf jeden Fall kann man damit den ganzen Arsch voll Geld verdienen und äh ein Obdachloser kam dann nämlich auf die Idee und hat gesagt ey ich hab die Sachen damals erfunden konnte es auch beweisen und hat damit den ganzen Arsch voller Geld bekommen und damit hat er sich halt ein Haus aus purem Gold gekauft und einen Raketenwagen jo und jetzt lebt er gut und sieht immer noch aus wie ein Pedder aber er wohnt in einem goldenen Haus hey Aaaaaaaaaaaaaah Juhu also wirklich die also ich kenn die Staffeln die ich gesehen hab die kenne ich eigentlich auch fast aus wenn ich wenn ich die Folge sehe da kann ich mich noch an so viele Sachen erinnern aber trotzdem sieht man bei jedem erneuten Anschauen findet man immer noch ein paar Sachen die einem vorne nicht aufgefallen sind und sowas mag ich total weil es gibt auch genug Sendungen wo nur das offensichtliche wichtig ist wo aber auch nur offensichtliche Sachen eingebaut worden sind die jeder Arsch versteht und sowas ist doof sowas mag ich nicht so gerne so aber ich denke mal jetzt könnten wir es auch schaffen weil äh ich jetzt zumindest mal nicht falsch gefahren bin leider können wir die Wespen scheinbar nicht überfahren stirbt Nukleararbeiter Nukular nimm das das Wort heißt Nukular fangen wir mal da lang ach so okay dann fahren wir da unten durch ich verstehe wir nehmen noch ein paar Arbeitskollegen mit Humor arbeiten übrigens hier auch in dem Nuklearkraftwerk obwohl er dazu eigentlich überhaupt nicht geeignet ist und der baut halt auch immer genug Scheiße also wir fahren einfach mal durchs Feld warum eigentlich nicht ach worauf denn du brauchst doch nix Jungen ups lenken wäre nicht schlecht glaube ich so ich denke mal wir sind jetzt schon um einiges besser dran nein diesmal fahre ich nicht über den brennenden Reifen der brennt übrigens auch immer der hat zwar jetzt in keiner in keiner Folge eine besondere Bedeutung aber es ist halt auch einfach so eine Sache die kommt einmal drin vor da wurde einmal eine Sekunde drüber gelabert und ich kann mir so einen Scheiß dann direkt merken verflucht der Scheiße mein Auto qualm ich bräuchte mal so ein bisschen Reparatur da zum Beispiel Dankeschön okay im Trailerpark ist noch eine Sammelkarte hab ich gesehen so guck mal hier die Kurven schneiden hier nochmal über die Brücke ich weiß jetzt wirklich nicht ob ich besser dran wäre aber ich sollte nicht eigentlich müsste ich besser dran sein warum hab ich es gedacht die Strecke geht nach rechts Ui okay man kann auch die schmaleren Bäume kaputt fahren das ist natürlich sehr gut ich mein Greenpeace würde es nicht so gerne sehen aber es ist mir doch gerade echt LATEN ich vergesse immer dass man hier alles kaputt fahren kann gerade so Straßenlaterien sind in GTA so ein Dorn im Auge aber ja 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 Vielen Dank.